So, herzlich willkommen zu einer weiteren kleinen Folge Meine Spiele und dieses Mal ganz vorn dran Elden Ring. Was habe ich mich auf dieses Spiel gefreut? Es kommt von From Software und From Software ist seit geraumer Zeit dafür verantwortlich, den Videospielemarkt gehörig umgekrempelt zu haben. Und zwar mit Demon's Souls, Dark Souls und Bloodborne. Und mit Elden Ring legen sie das erste Mal eine Open World vor. Und warum zeige ich das hier überhaupt? Und weil ich nicht nur kurz davor bin, vor dem Sonnen umgegangen als Praise the Sun für diejenigen, die Dark Souls-Wetterwaren sind, sondern weil ich mir ein Steam Deck geholt habe. Und dieses Steam Deck hängt jetzt im Moment an meinem Dell XPS. Und ich will jetzt zum einen zwei Dinge testen und zeigen. Zum einen, ich werde mit dem Xbox 360 Controller spielen. Der ist so alt, wie er klingt und es ist eines meiner Lieblings-Peripherie-Geräte immer noch nach wie vor. Und zum anderen habe ich jetzt mit dem Steam Deck faktisch das, was man eine Nintendo Switch 2 nennen könnte. Und ich kann damit Elden Ring spielen. Man mag es kaum glauben und das würde ich ganz gerne in dem Setting jetzt mal zeigen, ohne zu viel zu spoilern. Es wird auch keine Boss-Gegner geben, aber so, dass man mal einen Eindruck davon bekommt, und wie das Ganze funktioniert. Ich fange jetzt hier direkt mal an ohne die Story und bin jetzt einfach nur gespannt, wie die Performance ist. Ich habe das in der Form noch nicht getestet und hoffe nicht, dass mein Setup hier überfordert ist. Aber das sieht im Moment ganz gut aus. Ich bin mir auch noch nicht so sicher, ob der Audio-Lag jetzt da ist. Also vielleicht ganz kurz, wir befinden uns hier in Stormvale. und Dark Souls oder auch Elden Ring geizt nicht mit Auseinandersetzung und Gewalt. Es ist tatsächlich halt das, worum es geht. Aber in der Form natürlich, wie es präsentiert ist, in seiner Form einzigartig. Und das möchte ich zumindest mal ganz kurz zeigen, indem ich, halt, das soll eigentlich gehen. Achso, ne, hier in dem Flur kann ich meinem Pferd nicht beschwören, aber hier dann schon. Und würde jetzt einmal, auch um die Framerate zu testen, mit der wir hier durch das Areal gehen können, einmal ganz kurz die Umwerfung der Architektur zeigen, das Ganze. Das, was ein Markenzeichen der Souls-Spiele ist und auch von Bloodborne, so dass man das Gefühl hat, in einer riesigen Welt zu stehen, der Vergleich zu Breath of the Wild von Nintendo kommt nicht umsonst. Aber was FromSoftware hierhin gezaubert hat, innerhalb kürzester Zeit, ist schon tatsächlich bemerkenswert. Und ja, da hätte ich dran denken können. Und ist eines der Spiele oder ist vielleicht sogar mein Spiel für dieses ganze Jahr. Also um das mal ganz vorsichtig auszudrücken. Und ich würde jetzt mal in das Startgebiet reisen, um vielleicht einen anderen optischen Eindruck von dem Ganzen zu geben. Und zwar nach Limgrave. Das war gerade ein Riese, der hinter mir von einem Vorsprung gesprungen ist. Und gegen den kämpfe ich jetzt aber nicht. Sondern würde stattdessen mal versuchen, dieses gegnerische Lager hier zu durchqueren. Die Ruinen vor dem Tor mit einem sehr gefährlichen Gegner, dem hier, an dem ich gerade links vorbeigeritten bin. Aber jetzt sehe ich gerade, was ich mal noch machen kann, ist, dass ich doch den Bildausschnitt... Huch, da hat es kurz gehangen. Da brichte die Framerate ein auf zwei Frames. Wenn ich das teste, dann habe ich das ganze Lager gepullt. Das ist natürlich nicht im Sinne des Offenders. Deswegen muss ich mich hier mal ganz kurz aus dem Staub machen. Ja, ohne zu viel von der Story wegnehmen zu wollen. Also man sieht schon, dass hier einiges an Erkundungsmöglichkeiten da ist. Und das, was man jetzt dahinter sieht, ist das Burgtor, durch das wir gerade geritten sind. Und ich gleich jetzt mal ganz kurz hier das Ausgabefenster an. Damit man ein bisschen mehr sieht. Ja, von schwarzen Rändern hat ja niemand was. So, so ist er hübsch. Ja, so ist das Bild. Das ist ja schon mal aus dem Pass. Okay. Und jetzt werfen wir mal einen Blick auf die Karte. Und wir sind direkt jetzt schon neben dem Adler-Teleskop. Und das werden wir mal benutzen, um mal einen Eindruck davon zu geben, wie groß diese Welt ist. Wir stehen faktisch im Moment gerade hier direkt und sind jetzt hier über der Erde. Man schaut auf den südlichen Kontinent in ein weiteres Gebiet, über das ich jetzt nichts sagen will. Ganz am Ende dieses Areals ist Morne Castle. Hier ist das Startgebiet, das man als Tutorial-Mission begreifen kann, die Kirche von Elk und das Areal des Drachens. Von dort aus schaut man dann weiter auf die Ruinen, die wir gerade durchschritten haben. Das ist das große Tor, wo der Drache tatsächlich, wo der Riese von dem Vorsprung gesprungen ist und ganz da oben. Das heißt, ich kann es gar nicht mit der Hand drauf zeigen, aber dort, wo man diesen hellen Rand erkennt, dieser Weg, der runterführt an den Pfaden vorbei, dort sind wir gerade losgeritten. Das heißt, das ist das Areal, das wir gerade durchschritten haben. Und man sieht hier auch in der Ferne, dass diese Welt noch riesig groß zu werden scheint und auch riesig groß wird. Eines der Ziele ist tatsächlich dieser Baum, der, ohne von der Story zu viel wegzunehmen, eng mit der Geschichte um dieses Spielen, das Schicksal des Elden Rings verwoben ist. Und wir sind mehr oder weniger auf dem Weg, um, wenn ich das richtig interpretiere, der Elpenfürst zu werden. Und, naja, mal sehen, ob uns das gelingt. Ein wesentlicher Kern von allen Souls-Spielen ist ein unglaublicher Reichtum an Ausstattungsmöglichkeiten und an Möglichkeiten, den eigenen Charakter zu entwickeln, um die Spielmechaniken am Bestmöglichen auszunutzen. Und das will ich vielleicht mal ganz kurz hier zeigen. Das heißt, ich bin jetzt Stufe 28 und habe folgende Attribute bevorzugt gelevelt, nämlich Kraft und Kondition, Stärke und Geschick und befürchtet, dass ich noch in die Arkan-Energie investieren muss, was im Wesentlichen mit meinem derzeitigen Schwert zu tun hat, einem Katana, das ausgebildet, ausgebaut ist, mit einer sogenannten Asche des Krieges, dem blutigen Schnitt. Und dann entsprechend skaliert mit Stärke und Geschicklichkeit, aber auch, wie man sieht, aufgrund der Blutung, die ich jetzt zugefügt habe, mit Arkan-Energie. Und diese Skalierungen gilt es auszunutzen, um gegen die Gegner eine echte Chance zu haben. Und das versucht man so weit wie möglich voranzutreiben. Wenn man so will, ist es das traumgewordene Rollenspiel für diejenigen, die Herausforderungen zu schätzen wissen. Es ist definitiv nicht für jedermanns Sache. Mein Problem zum Beispiel war am Anfang, dass ich mit der Open World nicht gut klargekommen bin und nach der ersten Wand gesucht habe, vor die ich laufe und nicht weiterkomme. Und diese erste Wand war ein obligatorischer Boss im Spiel, dessen Name jetzt nicht genannt sei. Aber ich musste erst gegen diesen anrennen, um das Areal davor als Spielwiese zu begreifen und um diese Hürde zu überwinden. Und für diejenigen, denen es vielleicht ähnlich geht, als mit dieser Open World, Elden Ring Open World, versucht das ruhig, dass ihr versucht, zu diesem ersten Story-relevanten Boss zu kommen und zu sehen, ob ihr diesen bewältigt. Und wenn nicht, benutzt das Areal in Limgrave und Umgebung, um euch an diesen ersten Boss heranzuleveln und dann ab und an wieder gegen ihn zu kämpfen und zu versuchen, das Bestmögliche daraus zu machen. Gut. Das soll es gewesen sein mit einem Eindruck zu Elden, einem kurzen Eindruck zu Elden Ring. Es ist wirklich ein fantastisches Spiel. Es wird mit großer Wahrscheinlichkeit mein Spiel des Jahres 2022 und das Spiel, das ebenfalls für mich eine große Rolle gespielt hat, nämlich Hades, wird gerade auf Steam Deck installiert. Also war eine super Anschaffung. Elden Ring auf Steam Deck, dass es jetzt hier zu Framerate einbrichen kam, kam, lag nicht am Steam Deck, sondern eher hier an dem Dell XPS. Aber da muss ich einfach nochmal schauen, was da der Hintergrund ist, sodass ich vielleicht auch irgendwie mal länger streamen kann aus Elden Ring. Ich überlege, ob ich das tue. Also bis dahin, schönen Abend und auf ganz bald. Ciao.